Und dann Moinsen zu einem VfB aktuell und nach zwei Abgängen gestern, die ich nachgereicht habe quasi, kommt heute ein Neuzugang. Und das auch recht schnell, zumindest so wie es jetzt berichtet wurde, ging es echt recht schnell. Intern weiß es ja keiner und ich glaube der Kollege war auch schon länger in Gerüchten bei uns. Gestern dann auf einmal eben die vielen Berichte, dass das Ding durchgeht. Laut einer dänischen Zeitung hieß es gestern, dass wir den Stürmer holen, denn auch wenn er aus Darmstadt vor allem bekannt ist, kommt er eben von einem dänischen Klub, kurz zu seiner Person. Wer kommt denn da zu uns, wer bringt uns neue Flexibilität im Sturm? Luca Pfeiffer, deutscher Stürmer, 25 Jahre alt, 1,96 groß, gehört dem FC Mützscheland, wenn man es so ausspricht. Wie gesagt, erste dänische Liga, dreimal Champions League gespielt auch bei den Kollegen, 20, 21, Hauptposition Mittelstürmer, kann auch Flügel, bei seinem Tempo ist er aber ein bisschen eher fraglich, ist er in Nebenposition. Wir waren letzten Saison an Darmstadt 98 in die zweite Liga ausgeliehen und da lief es halt mal so richtig. In 32 Liga spielen 17 Tore und 6 Vorlagen, ganz generell lief es ja bei Darmstadt nicht schlecht, würde ich mal behaupten, wurden punktgleich mit dem HSV Vierter, nur wegen besserem Torverhältnis ging es dann für den HSV in die Relegation, das war sehr, sehr knapp. Letzte Saison war er geteilter siebter Platz bei den Top-Torschützen der zweiten Liga und geteilter Achter bei den Top-Scorern in der zweiten Liga. Er hat also bewiesen, dass er treffen kann, wenn auch noch nicht erstklassig. Also war zweite Liga, Marktgleich liegt bei 2 Millionen, wir zahlen wohl etwas mehr als das, haben uns laut Berichten gegen Köln und Hoffenheim durchgesetzt, die waren auch dran. Und ja, die dänische Quelle berichtet von 3,5 Millionen, laut der Bild sind es knapp unter 3, die Nachrichten berichten von 2,85 Millionen plus Boni, die dann eben die Summe noch leicht erhöhen können. Also keine krassen Bonis, so wie es rausklingt. Und wenn man Mislintat kennt, dann können wir, glaube ich, eh davon ausgehen, dass quasi die Summe, die am untersten Ende berichtet wurde, von der Höhe her, wahrscheinlich am ehesten stimmt, wenn man seine Verhandlungen kennt. Rund um Spiel gegen Dresden, auch Mislintat Aussagen mit Sicht auf Kalajic-Verletzungen, hieß es ja schon, dass man den Konkurrenten für Sascha holen will. Und so wie es durchklang, das auch unabhängig davon, ob Kalajic bleibt oder nicht. Und da ist er jetzt mit Luka Pfeiffer, das ist ein ähnlicher Spielertyp, nicht der schnellste, aber einer der ganz simpel da vorne steht, Zielspieler und trifft. Und eben auch 1,96, fast 2 Meter groß, das ist wirklich gefühlt der direkte Ersatz vom Spielertypen her. Ja, natürlich da jetzt abzuwarten, ob Kalajic dann bleibt oder nicht, soll ja scheinbar keinen Einfluss darauf haben, Luka Pfeiffer ist ja jetzt schon da. Und um beim Thema zu bleiben, sehe ich gerade auch keine Klubs, die zu den Kalajic wechseln könnten. Mal gucken, ob sich noch was tut in Zukunft oder bis zum Ende vom Transferfenster, ist dann immer noch ein Monat offen, so ist ja nicht. Und so oder so, aktuell ja gerade der Doppelsturm, siehe Dresden, eher Tomasch und Silas. Wer weiß, ob man da jetzt irgendwie umstellt, wenn eben Kalajic dann doch nach Verletzungen zurückkommt oder eben dann doch vielleicht ein Pfeiffer spielt. Und man eben dann doch wieder von Doppelsturm zurückgeht auf das, was letztes Jahr gespielt hat ja hauptsächlich. Trotzdem denke ich mal, dass Pfeiffer erstmal schon ein Backup ist und halt einfach diese Spielertyp-Ergänzung ist. Und gerade dafür darf man eben dann da auch hoffen, oder finde ich, darf man da hoffen, dass der Preis dann eben auch so niedrig wie möglich ist für jemanden, der vermutlich erstmal nicht in der Startelf steht. Aber klar, für ein Backup, sehr gutes Backup, starke zweite Saison gespielt, mit dem kann man glaube ich erstmal auf den ersten Blick nichts falsch machen. Er hat auch schon einen Tacken älter, einen Tacken erfahrener mit seinen 25 Jahren. Wobei ich mir auch da dachte, also nicht bei den 25 Jahren, aber rein von der Position her, dachte ich mir erstmal, wow, nochmal einer da vorne. Weil klar, Kalajic kann auch noch gehen, wir brauchen den Spielertypen, das ist 100%-Plus-Argument. Aber es sind halt gerade trotzdem da vorne neun Spieler für so knapp drei Positionen. Also es ist schon viel da vorne. Heißt auch in der Hierarchie, wenn du für den auch so viele Kunden nochmal ausgibst, wird der Pfeiffer bestimmt vor Casanaras, Fahir und Kohl sein, jetzt mal beispielsweise. Gerade Thema Fahir oder auch Kohl sind dann vermutlich auch Themen für Laie oder halt doch einen direkten Abgang noch. Gerade bei Fahir, kam ja auch aus Dänemark, wie jetzt auch Pfeiffer, sehe ich gerade halt wirklich keine Verwendung so. Da hat er auch, klar, der ist verletzt, aber hat ja auch im Kohl jetzt irgendwie gerade eine größere Rolle beim VfB auch in der Vorbereitung gespielt. Also ich denke mal, da kann sich schon noch was tun in Sachen Laie oder Abgang, also generell einfach ein Transfer noch bei denen. Trotzdem, absolut, wie gesagt, Transfer, den wir brauchen. Gerade bei Sascha, Abgang brauchen vom Spielertypen her. Und was man uns auch nie vergessen darf, sind eben die Verletzungen. Jetzt auch gerade ein Nachteil fällt aus, klar, die Positionen, aber auch ein Galeitsch noch angeschlagen, ist Russa angeschlagen. Was dann eben vorne die Positionen sind, ist zum Beispiel ein Kulibali, ist zum Beispiel dann ein Castanaras, die ja auch gerade verletzt sind. Klar, nicht für eine Ewigkeit, aber beim VfB ist es, glaube ich, nicht verkehrt, dann doch einen Tacken größeren Kader zu haben und viele Optionen zu haben. Und da tut dann Pfeiffer auch nicht weh da vorne, wenn ich es gerade vergessen habe, da vorne, weil er ins Mittelfeld zählt, ist natürlich auch in Silas. Der ist natürlich auch noch da vorne dabei für den Sturmbereich. Wir haben da schon viel, aber wie gesagt, mit den Verletzungen muss da auch viel da sein wahrscheinlich. Er bekommt einen Vertrag bis 2026, muss ihn auch erst länger beweisen, ist klar. Ja, trotzdem ist ganz geil, der kommt auch aus der Region hier, freut er sich auch absolut drauf. Jetzt mal ein Zitat genommen aus dem offiziellen Statement, aus der offiziellen Verkündung. Schon als Kind hat mich der VfB mit seinem Stadion und seinen Fans fasziniert. Klar, typische Pressemitteilungssprache von Spielern quasi, aber nimmt man ihn, glaube ich, ab. Der Kollege hatte seinen Karrierestart so ein bisschen bei der Hoffenheim-Jugend, bei Hollenbach, auch bei den Schokolade-Kickers. Also der kommt tatsächlich aus der Region, den kann man es, glaube ich, vollkommen abnehmen, was sich ja sehr, sehr drauf freut. Kurz gefasst, finde ich sinnvoller Transfer, je nachdem, welche Summe es jetzt dann war, die berichtet wurde, bei einer Ablöse, die auch irgendwo passt, würde ich mal sagen. Gerne eure Meinung in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das war's Treasure. Ted, als Chora. Ja. Das war's Treasure. Ich bin aufmerksam Boh울ăt.